Die St. Michael-Kirche in Rohr im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gilt als älteste Kirche Thüringens und sie steht auf dem Tourneeplan einer gefragten Organistin. Ann Helena Schlüter spielt seit gestern in Thüringer Kirchen, reist also von Orgel zu Orgel. Neben Rohr sind die ersten Konzerte in Meiningen, Waldorf, Suhl und Zellamelis. Sie werden aufgezeichnet und im Internet veröffentlicht. Ann Helena Schlüter ist eine vielseitige Künstlerin. Sie spielt nicht nur Klavier und Orgel, sondern ist zudem Forscherin, Komponistin, Lyrikerin und Buchautorin. Ein Orgelreisetagebuch gibt es auch auf ihrer Internetseite.